Sprich mit dem Gästen da auf dem Bankett. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Part von der Quest. Fangen wir mal mit... Wir gehen in der Reihenfolge nach. Wir fangen mit den beiden an, dann gehen wir zu Al-Hytham, dann zu Nilo und am Schluss kommt der gute Sino. Oh ja, ich freue mich auch hier zu sein. Immer ordentlich reinhauen, jo. Und ich dachte schon, du würdest dich langweilen. Ja, mach mal dein Ding. Ähm, ein sehr tolles Bankett. Danke für die Einladung. Eheh, dann wäre es gut. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Aber vorher möchte ich dir noch was verraten. So, das Beste kommt zum Schluss. Die Wortgewandtheit in Person. Hallo, Sino. Du bist ein seltener Anblick auf einer Feier. Oh, schon gut. Wir kommen auch alleine klar. Ich würde aber nicht nein sagen. Ah, da wird jemand mühe. Ich schlaf gleich ein. Na, wenn das so ist, dann mach das mal. Oh, ich hab das Gefühl, jetzt passiert noch was. Hm, kurz vor Schluss. Wir sind wahrscheinlich nicht umsonst müde. Ich bin plötzlich so müde. Habe ich gestern Nacht nicht gut geschlafen oder habe ich mein Bäuchlein zu voll geschlagen? Ah, wer ist da? Nanu? Ah, hallo. Nahida, unser Bewusstsein ist wieder verbunden. Ja. Das sind wir unsere Nachbunkchein, wir haben eine Leine, die Hände dahinter wie, als ob eine nachgeistige Form von Tzlucksa zullerimeisen. Das ist wirklich hübsch. Aber was du helfen? Was du Lust hast? Ich habe eine große Herausforderung vorgestellt, dass ich heute die Große geschakte in Grand Bazaar entdecken. Also, ich habe nicht da, weil ich noch nicht gesehen habe. Es wurde vom Pflicht herぜheit. Ich habe deshalb geschlecht in einem Weg, um die Zeit hinterher zu schützen. Was denn? Verstehe, Naida, am besten sagst du sie aber selbst. Manche Dinge muss man selbst erledigen. Oh. Bitte beruhige dich, nichts wird passieren. Hast du dich entschieden? Hopp, hopp. Mach hin. War das gut, hä? Ja, aber ich meine eigentlich, dass du rumkommst. Dann versprich mir wenigstens, dass du nichts komisches von mir gibst. Ja, ich weiß nicht, dass du rumkommst. Was ist das? Das ist eine interessante Sache. Du bist in der Gronkza-Naridevi mit dem Gronkza-Naridevi. Das ist interessant. Das ist eine große Herausforderung. Nein, nein, das ist definitiv! Und... Du bist wirklich... ...Kraksa-Naridevi? Hallo, Nii-Lo. Du kennst dich? Ja. Ich weiß nicht, was alle Sie wissen. Niro, Alhazen, Seno, Lysia, Paimon, und Doniazardo. Krak-san, Narideviss? Ich wollte mich selbst sagen, dass ich mich für alle. Ich wollte euch einfach sagen, was ich, oder? Lesse nicht, wenn ich mich auf der Zungehebe, um Alleen, Gehen,colisten, Doktor, Doktorz, und alle Einschäulen, was ich schade. Es ist sicherlich, dass ich mich hier nicht mehrzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass ich aus Versehen verglückt habe und nicht lesen konnte, was da stand. Nachher das überraschende Ankunft brachte das Parkett zum Höhepunkt, die herzen der Gäste sprudeln vor Glück. Unter den Emotionen, äh, Einfluss ihrer Emotionen sprachen sie und lachten sie bis in die tiefe Nacht hinein. Das Parkett war ein krönender Erfolg. Am nächsten Tag. Es geht und irgendwie kommt mir das Setting gerade wieder bekannt vor mit dem Sapsaros-Fest. Da haben wir doch auch jedes Mal so angefangen. Nichts im Vergleich zu dir, Palman. Oha, geht's noch weiter? Ich dachte jetzt tatsächlich eigentlich, dass wir so langsam am Ende angekommen sind. Aber scheinbar gibt's da noch ein bisschen mehr. Etwas neu sind wir via Chat? Nee, nicht wirklich eigentlich. Wir gammeln immer noch vorm Spiegel meistens rum, ja. Alles beim Alten. So, wo ist denn die Gute? Da hinten steht sie schon. Na Hira! Hallo. Oha, ja, wir haben ein paar Fragen. Fangen wir mal mit Akasha an. Ja, das ist nicht gut. 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 Ja, das ist ab Rang 3 und Ildo Tore ist ja, wie gesagt, der zweite. Ab Rang 3, also 1, 2 und 3 sind tatsächlich von der Macht her auf fast schon göttlicher Stufe. Also, ich bin echt gespannt, wenn wir dann mal gegen die Kämpfen, wie episch und wie lang vor allem auch diese Kämpfe dann werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das nicht nur wie bei Child zum Beispiel drei Phasen hat. Oder jetzt bei Skaramouche sind es, glaube ich, nur zwei. Sondern tatsächlich dann irgendwie, dass du da einen Boss hast mit fünf Phasen, die du platt machen musst oder so. Das wäre schon cool. Das wird schon bestimmt cool werden. Die himmlische Ordnung ist, glaube ich, die, die wir ganz, ganz am Anfang vom Spiel gesehen haben. Wo wir auswählen konnten zwischen, ob wir, ob wir den Bruder, also hier, äh, uns jetzt spielen oder die Schwester. Also die Charakterauswahl und die dann dementsprechend unseren Geschwisterteil, ja, weg rationalisiert hat oder so. Weg geportet hat, je nachdem. Ich glaube, das war sie. Ich glaube, dass das Komlisch war. Ja, also haben sie jetzt alle viere im Moment, die aktuellen vier. Dann erzählen wir uns noch was über Skaramouche. Über die nächsten Stationen der Reise von Tane. Oh, ja, erzähl uns was von Fontaine, wobei ich, wobei sie wahrscheinlich nicht so viel weiß, weil sie halt die letzten 500 Jahre gepennt hat oder abgeschottet war, aber vielleicht weiß sie ja ein bisschen was. Boah, da bin ich auch gespannt drauf, wie Fontaine aussehen wird. Okay, das waren für den Moment alle Fragen. Oh. Aber wir kommen noch von außerhalb des Sternenmeers. Imenzul hat doch bestimmt keine Informationen zu ihr, oder? Ja. 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 Wahrscheinlich, weil sie 500 Jahre vor uns aufgewacht ist und das mit dem Untergang von Kanria und alles noch mitbekommen hat. Ja. Ja. Hm? Ich auch? Wie kann das sein? Meine Schwester und ich haben zusammen die Sternenmeere überreist. Wie kann sie aus Tewod kommen? Ja, gut. Ja, wobei, meine Vermutung wäre halt jetzt halt gewesen, dadurch, dass sie halt bei dem Untergang von Kanria dabei war und früher aufgewacht ist, in Anführungszeichen, als wir, dass Imenzul dann über den Zeitraum natürlich mehr Informationen bekommt, weil wir sind jetzt ja vielleicht gefühlt, keine Ahnung, zwei Jahre in der Welt? Das ergibt keinen Sinn. Stimmt etwas von meiner Erinnerung nicht, oder hat sich, äh, hat diese Welt etwas mit ihr angestellt? Weißt du sonst noch was? Mm-hm. So, sie kamen auf den Weg nach Tewa und Tewa. Aber, wenn sie auf der Ende des Flughauses ging, hat sich die Geschichte von der Welt in der Welt geblieben. Was geblieben? Ich glaube, dass sie etwas geschaffen haben. Das ist sicher. Es ist für jemanden, dass sie ihre Leben verletzten. Dann könnte es wahrscheinlich mit dem Abgrund zu tun haben. Als Ankömmling? Was ist denn ein Ankömmling? Oh, er zieht uns so ein Netz auch. Der vierte. Wer waren denn die ersten drei? Wenn ich jetzt der vierte war und die Schwester... Ich frage mich gerade, ob wir schon einen der drei getroffen haben, vielleicht, ohne es zu wissen. Hm. Haben wir noch mehr verlorene Geschwister, von denen wir einfach noch nicht wissen? Ja. Ich denke, dass die erste Schleuchte der Schleuchte der Schleuchte ist, und dass die Schleuchte der Schleuchte noch nicht mehr Zeit haben. Ich glaube, dass die Schleuchte die Schleuchte noch nicht mehr Zeit haben. Ich auch und ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich habe gesagt, dass das Schicksal das ultimative Wissen darstellt. Deine Zukunft ist das ultimative Schicksal. Nur allzu gerne. So, damit haben wir die Arcon Quest durch und das hier ist glaube ich, ist das eine Event Quest? Ja. Ich glaube wir haben nämlich gerade im Moment ein Event laufen. Wettbewerb intelligenter Pilze, wo wir unter anderem eine Dori bekommen, die ich tatsächlich auch noch nicht habe. Das ist der einzige 4-Sterne-Char, der mir noch fehlt im Moment von allen, die da sind. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Denn, ich glaube, ich werde meine Zelte auch erstmal für heute abbrechen, nachdem ich hier noch ein paar Gems eingesammelt habe. Und mir Zhongli wieder dazwischen quatscht. Und haben wir dann da oben noch. Das ist ein Ausrufezeichen für wen denn. Ach stimmt, wir haben ja noch eine Constellation bekommen. Ja, wir haben ihn jetzt auf C6. Unser Dendron Reisender ist komplett. Ah, oh stimmt. Wir haben auch noch eine... Okay, die werde ich jetzt aber noch nicht aktivieren, weil ich habe die Befürchtung, wenn ich sie hier drin aktiviere, dann wird sie sofort eingeleitet. Das können wir dann auch noch bei Zeiten machen. Das heißt, wir haben noch das Event. Das kommt als erstes dann beim nächsten Mal. Und danach schauen wir uns Nahidas Story Quest natürlich auch nochmal an. Aber für den Moment werde ich mich dann mal verabschieden. Und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und ja, bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.